Seit über 125 Jahren liegt der Fokus der Jakob Müller AG ausschließlich auf der Entwicklung und Produktion von Technologielösungen für die Band- und Schmaltextilienindustrie. Kontinuität ist uns wichtig. Unsere Firma wird als Familienunternehmen in der fünften Generation geführt. Swiss Design – Globally Manufactured Qualität und kontinuierliche Verbesserung sichern unsere Marktführerschaft als Technologieanbieter für die Band- und Schmaltextilienindustrie. Musik 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 Als Investor ziehe ich es immer vor, Maschinen von Anbietern zu kaufen, die mir eine gute Effizienz, guten Service und neueste Technologie gewährleisten. Dies um meinen Konkurrenten voraus zu sein und auch um Geld und Zeit zu sparen. Dank der Jakob Müller AG kommen wir in den Genuss all dieser Vorteile. Wir führen ein lückenloses Technologieangebot für die Produktion von Band- und Schmaltextilien. Vielen Dank. Unsere Kunden stehen im Zentrum. Im Rahmen des Jakob Müller Institute of Narrow Fabrics bieten wir Maschinenkurse und Fachkräfteausbildungen an, machen Kundenschulungen vor Ort und organisieren die Narrow Fabrics Conferences, Informationsplattformen für die neuesten Trends und Vernetzungsmöglichkeiten. Die Jakob Müller AG ist global tätig und auf vier Kontinenten vertreten. Wir führen elf Tochtergesellschaften, sechs davon mit eigenen Produktionsstätten. Daneben unterhalten wir Service Centers und Verkaufsagenturen in weltweit 70 Ländern und beteiligen uns an internationalen Messen. Unser steter Erfolg basiert auf qualifizierten Mitarbeitenden. Ob bei der Arbeit, der Ausbildung von angehenden Fachkräften, im firmeninternen Orchester oder bei Anlässen. Erst ihr Engagement macht aus uns die Jakob Müller AG. Die Eigentümer und das Management der Jakob Müller Gruppe haben sich seit über 125 Jahren darauf konzentriert, unseren Kunden Maschinen und Systeme zu liefern, die zu ihrem Geschäftserfolg beitragen. Ein Umfeld zu schaffen, das die Leidenschaft unserer Mitarbeitenden für die Bankindustrie fördert, die finanzielle Unabhängigkeit beizubehalten und immer nahe bei unseren Kunden zu sein. Deshalb lade ich Sie zum Besuch einer unserer Niederlassungen ein oder rufen Sie uns an und wir schauen bei Ihnen vorbei.